Herzlich Willkommen in der Architekturgalerie Berlin in der Karl Marx Allee. Mein Name ist Ulrich Müller, ich bin der Gründer und Leiter dieser Galerie und ich begrüße Sie und Euch recht herzlich zum Ausstellungsgespräch zur Ausstellung Natascha Paulik Granddaughter meets Grandfather. Die Ausstellung besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten, das sind zum einen die Fotografien von Natascha Paulik, das sind zum anderen Briefe ihres Großvaters Richard Paulik und einem dritten Layer, der unter anderem den originalen Schreibtisch von Richard Paulik enthält, ein Interview mit Richard Paulik ist zu hören, sowie einige Bücher aus der Bibliothek von Richard Paulik sind zu sehen. Ich bin sehr gespannt, was meine beiden Gäste über diese drei Bestandteile besprechen werden und zwar sind das Natascha Paulik, sie ist Schauspielerin und Fotografin und Enkelin von Richard Paulik, unter anderem dem Chefarchitekten der damaligen Stalinallee und sie spricht mit Eduard Kögel. Er ist Ausstellungsmacher, Forscher und Lehrer und hat sich in seiner Dissertation unter anderem mit dem Exil von Richard Paulik beschäftigt. Wir sehen hier mehrere Gruppen von Fotografien über Gebäude von Richard Paulik, es sind eigentlich nur zwei, nämlich der Block Süd und Nord hier in der Karl-Marx-Allee und in Halle-Neustadt ein Gebäude-Ensemble, wo er maßgeblich mit dabei war, um das zu bauen. Mir scheint das so, dass diese Bilder bestimmte Themen umkreisen. Kannst du das mal ein bisschen mehr erläutern, was du damit, wie du dich dem Ganzen angenähert hast? Ich verstehe den Prozess der Arbeit als gleitende Projektierung. Als Paulik nach seiner 17-jährigen Immigration aus Shanghai 49 nach Deutschland und 50 hier ankommt und er den ersten Wettbewerb für die Sporthalle, für die dritten Jugendweltfestspiele gewonnen hat, gibt es einen schönen Moment, wo er, das beschreibt er hier aus dem Truhenband, wo er hier die Straße langfährt und der Begleiter sagt zu ihm, Paulik, wir suchen heute den Standort für die Sporthalle und während sie die Karl-Marx-Allee rauf und runter fahren und den Standort festlegen, steht in dem Moment fest, es wird eine gleitende Projektierung und nach diesem Modell habe ich auch meine Ausstellung aufgebaut. Das heißt, ich habe den Zeitraum, Paulik hat die Sporthalle in 188 Tagen fertiggestellt. Ich hatte vom Zeitpunkt der Anfrage für die Ausstellung bis zur Galerieeröffnung 78 Tage und in diesen 78 Tagen habe ich mich auf zwei Punkte konzentriert. Auf die Karl-Marx-Allee, in der ich lebe seit 23 Jahren und Halle-Neustadt, weil er mit Halle-Neustadt zur Moderne zurückgekommen ist. Das war mein Anliegen. Ich habe so den Eindruck, das sind ja unterschiedliche Fotogruppen und in jeder Gruppe werden bestimmte Dinge umkreist. Es geht zum Teil um Details, es geht um Alltagssituationen, es geht um Dinge, die man normalerweise jetzt nicht so wahrnimmt oder auch nicht wahrnehmen kann, weil man die Orte gar nicht zugänglich sind. Das heißt, es ist im Grunde genommen wie eine kreisförmige Bewegung immer wieder, um solche Architekturen erfahrbar zu machen. Was für ein Konzept war da dahinter, diese bestimmten Gruppen von Bildern so zu fotografieren und dann auch so zu hängen? Na, die Gruppen sind ja erst im Nachhinein in der Auswahl so getroffen worden, aber die Jahreangehensweise beim Fotografieren ist bei mir im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du es umkreisen nennst, ist es ein Umkreisen. Ich bleibe lange an meinen Motiven und umkreise sie und natürlich war es für mich wichtig, die Momente so zu zeigen, wie sie der Betrachter auf der Allee nicht zugänglich sind. Das war mein größtes Anliegen, dass ich zeige, die Veränderbarkeit in den Momenten. Hier vorne in der Gruppe sind es ja wirklich nur Sekunden. Hier ist es ein Element, ein Schmuckelement oben auf dem C-Südblock, die Glasbausteine. Einmal die Draufsicht, die Hintersicht, die Durchsicht, was passiert an der sich gegenüberliegenden Wand mit dem Licht als Reflexion, das Durchfotografieren, das Tier und dort das Schiff. Und ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein und kreisen. Auch hier mit den Lampen, das ist in der Nacht entstanden. Und als wir vorhin hier lang gegangen sind, ist es ja wirklich wie ein Theaterportal. Und so sind die zwei Haupteingänge im C-Süd- und C-Nordblock ja auch, wenn wir wissen, dass Paulik in Shanghai Müller entworfen hat und man mit diesem Wissen davorsteht, kann man das ganz gut da rein interpretieren. Ich meine, das ist ja vielleicht auch das Spannende an der Karl-Marx-Allee, dass Paulik eigentlich auch Bühnenbildner war und dass er natürlich auch darüber geschrieben hat, eine städtische Bühne anlegen zu wollen, wo eben dann die gesellschaftlichen Prozesse sichtbar werden. Das ist ja sozusagen ein Anlegen hinter der Architektur und die Fassade war im Grunde genommen auch für ihn wie eine Kulisse, die auch anders hätte aussehen können. Aber für dieses Stück, was gespielt wurde, dafür brauchte man eben diese Monumentalkulisse und das hat er natürlich meisterhaft inszeniert. Ja, und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass er sogar frech war, weil er kam ja aus der Moderne und hier, wo der Passant oder der, der die Allee besucht oder bewohnt, nicht mehr den Zugang hat zum Dach, denn hier wurde ja das fünfte Element eröffnet, wie Gropius im Bauhaus auch das gemacht hat. Und dann gibt es natürlich, das sind meine persönlichsten Aufnahmen eigentlich und im wahrsten Sinne des Wortes intimsten Momente. Mein Großvater hatte die Tradition mit uns Kinder in jedem Herbst einen Drachen zu bauen und als ich die Wäsche auf dem Dach aufgehangen habe und dass ich diese Schatten an der Mauer wiederfalten, dann hatte ich die Assoziation. Und das ist dann für mich in dem Moment Architektur. Ja, ich meine, das ist im besten Sinne Architektur, weil sie einfach sozusagen den Hintergrund bietet für eine Lebensentfaltung und ich glaube, in dieser Hinsicht war Paulik auch ein Meister, dem es nicht darum ging, eine bestimmte stilistische Form zu kreieren, sondern eigentlich ein Sättchen. Das war eigentlich so über das, was er gesprochen hat, auch geschrieben hat und wie ich das interpretieren würde, dass es ihm eben nicht darum ging, ein Objekt zu schaffen, obwohl er am Anfang seiner Karriere durchaus Objekte designt hat, wenn man an das Stahlhaus in Dessau denkt zum Beispiel. Ja, und auch den Wohnraum, du kennst ja die Wohnung von Paulik, ich finde, man ist dort Raum und Zeit vergessen und ich glaube auch, er hat sich da wirklich eine Oase geschaffen, auch die Mauer, die an die chinesische Gartenkultur erinnert und wenn man in dieser Wohnung lebt, das war natürlich für mich irgendwann unweigerlich die Frage, wer hat diese Räume geschaffen, wo man sich erholen kann, wo man inspiriert ist, wo man leben kann, wo man eine Weite erfährt und im wahrsten Sinne, wo das Raum und Zeit vergessen sein kann, was jetzt zu Corona-Zeiten natürlich sehr einladend war. Ja, ich meine, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich meine, auch Paulik hat ja sozusagen bestimmte Phasen Er hat er in der Immigration, wo es eben auch nicht so ganz einfach war, Anschluss zu finden und er hat dafür viele Jahre gebraucht. Aber er hat glaube ich dabei auch gelernt, sich ganz schnell in Situationen einzufinden, auch weil er ein Politiker war und ganz genau wusste, wie machtpolitische Spiele gespielt werden und er wusste, sich selber zu inszenieren, um dann eine Rolle einzunehmen, wie er für sich und seine Leute die bestmögliche Ausgangsposition finden kann. Ja, und wenn er gesehen hätte, was mit Halle-Neustadt passiert ist, hätte ihm vielleicht das Herz gebrochen. Ja. Denn als ich die Reise dorthin gemacht habe, wusste ich nicht, ob ich weinen soll oder fotografieren soll. Ich habe wirklich gedacht, ich bin im Kriegsgebiet. Und das beschreibt er ja, dass ihm in Halle-Neustadt die Fassadengestaltung auch wichtig war. Dass man zwar die modernen Elemente nehmen kann, aber das heißt nicht, man baut Platte an Platte, sondern dass es in der Lebendigkeit liegt, wie man mit den Fassaden umgeht. Und das konnte ich leider nicht mehr einfangen. Ja, ich meine, da stehen wir natürlich im Moment auch in einer sehr schwierigen Umbruchphase, wo es die Frage gestellt wird. Können wir das sanieren? Müssen wir das sanieren? Investieren wir das Geld, was notwendig ist? Und ich glaube, das ist leider immer noch so im Prozess, dass man da genügend Leute davon überzeugen kann, wo die Qualitäten tatsächlich da liegen. Naja, ich glaube, das ist auch eine Frage, wie geht man mit der Kultur um? Und da ist man gar nicht mit der Kultur umgegangen. Man hat sie verfallen lassen. Ja, ich meine, da hat im Grunde genommen die Karl-Marx-Allee Glück gehabt, in Anführungsstrichen, wobei da andere Probleme aufgetreten sind in der Form, dass eben der Wohnraum kapitalisiert wurde und dadurch natürlich auch in seiner Form bedroht wurde. Also in der Frage, wer lebt eigentlich in diesem Wohnraum? Und ich glaube, das war eben auch ein sehr wichtiges Thema für Paulik, für wen er baut. Ja. Aber hier bin ich ausgewichen und die Arbeiten sind von 2007, weil ich hatte ja mich nur auf die jetzige Zeit konzentriert, aber ich habe gedacht, ich darf auch arbeiten aus einer älteren Zeit neben. Ich dachte, Paulik hat sich klassischer Elemente bedient und dachte ich, klassischer geht es nicht. Ja, ich meine, wenn man seine Karriere anguckt, er hat ja über 30 Bühnenbilder in Shanghai selber entworfen, selber gebaut und selber gemalert, ja, auch quasi die Malereien selber gemacht, zum Teil 24 Stunden durchgearbeitet, um zur Premiere fertig zu sein, wo man schon daran sieht, dass er eine wahnsinnige Energie auch da reingestellt hat in diese Bühneninszenierung. Und interessanterweise, nachdem er zurückgekommen ist in die DDR, hat er kein einziges Bühnenbild mehr gemacht und das Thema war weg. Ganz China war weg, weil er musste das ja von seiner Biografie förmlich streichen. In den Tonbandaufzeichnungen sagt er, dass seine Biografie zu schmal war, zu dünn. Dann wurde sie etwas fülliger und dann reichte sie irgendwann aus, dass es auch genehmigt war, weil er kam ja aus der Westimmigration. Ja, ich meine, er kam einfach aus dem falschen politischen Setting. Er hat nicht für die Kommunisten gearbeitet in Shanghai, sondern für die Republikaner. Und das waren natürlich die großen Gegner der Kommunisten in China. Und das ließe sich hier natürlich niemandem mehr vermitteln, was dort überhaupt das Gesamtsetting war und wieso er dort in so eine Rolle gekommen ist. Aber dass er in Shanghai eine so gewaltige Rolle gespielt hat, das haben die Leute schon sehr schnell verstanden. Und dann, als er sich beworben hat nach der Rückkehr bei Hans Scharon, hat Scharon natürlich eine Art Kritik verfasst, ob man ihn denn nun einstellen könnte am Institut für, am IFB, am Institut für Bauwesen. Und da hat er dann geschrieben, es gibt eigentlich keinen anderen, der in der Lage wäre, städtebaulich in so einer Dimension zu denken wie Paulik. Ach, und bei dem Stichwort Denken lenke ich ein, weil du seinen Vater erwähnt hast. Ich glaube, er hat ja in der Bibliothek seines Vaters sich auch sehr früh mit der Philosophie beschäftigt. Und als er die Schiffspassage nach Shanghai macht, wird er gefragt von einem Passanten auf dem Schiff, was er glaubt, wie lange er im Exil sein wird. Und er sagt, Hitler wird fünf Jahre brauchen, um an die Macht zu kommen. Und er wird fünf Jahre brauchen, um den Krieg vorzubereiten und fünf Jahre, um ihn zu verlieren. Er glaubt, er wird zwölf Jahre im Exil sein. Also das finde ich, da erfährt man auch viel von Paulik. Also er hat nichts irgendwie auf sich zukommen lassen, sondern er hat im wahrsten Sinne des Wortes gestaltet und gedacht. Ja, ich meine, das Verrückte ist, sein Leben wird ja eigentlich in drei Teile geteilt. Das ist das, bevor er in die Emigration geht, was sich so ein bisschen um das Bauch auskreist und dort natürlich auch Anschlusspunkte hat. Dann in der Emigration und dann danach eben die Rückkehr in die DDR. Und in seiner Biografie, da wurde das auch immer sehr stark geschnitten, zwangsweise. Vor allen Dingen natürlich dann, nachdem er zurückgekehrt ist in die DDR, weil die anderen zwei Teile diskreditiert waren. Und dadurch hat er zwar einen großen Horizont gehabt, aber sichtbar war immer nur eine relativ kleine oder kurz in der Geschichte zurückliegende Sache. Nicht das gesamte Bild. Es gab keine einzigste Ausstellung, keine einzigste Publikation über die Projekte von Paulik in Shanghai während der ganzen DDR-Zeit. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.